Oh naja, wir rufen kurz Basti an. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich jetzt weitermache. Ruf Basti an. Bitte geh ran. Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play. Es ist wieder soweit, Freunde. Ich bin gerade online gegangen. Ein frischer Tag. Ich bin absolut ready für den heutigen Tag, Freunde. Beim letzten Mal hatten wir dann ein kleines Problem. Da ist das hier passiert. Au, 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 au. Oh nein. Nein. Aber das ist halb so wild, Freunde, weil wir werden heute dann nochmal hingehen. Ich habe mir die Koordinaten schon rausgesucht. Habe ich nicht, das macht aber den Chat gleich. Und dann werden wir heute den Enderdrachen besiegen. Und tatsächlich noch mehr. Wir werden uns heute auch noch eine Elytra schnappen. Das heißt, wir machen heute zwei in eins. Ich denke, heute sollte alles klappen. Wenn nicht, wäre übertrieben peinlich. Naja, ich fand es übelst geil, wie die letzte Folge ankam. Die Kommentare waren richtig nice, hab alle gelesen. Freut mich wirklich immer insane, dass die Folgen so gut ankommen. Da auf jeden Fall danke für euren Support. Ich glaube, wir hatten irgendwie 10.000 Likes oder so. Überkrass. Vielen, vielen Dank, Mann. Komisch, dein Trinken stand schon in der letzten Folge auf dieser Stelle. Werde ich es trinken? Okay, jetzt. Freunde, zweiter Try. Digga, dieses Mal werden wir es nicht blowen. Holy Shit. Gibt es irgendwas, was wir noch brauchen, bevor wir reingehen, Chat? Wir placen ein Bett hier. Smart, Digga. Okay, mein Chat hat mich gerade drauf. Wenn ich das mit der Bettenstrat hier machen will, dann brauche ich noch zwei weitere Obsidian. Aber wir haben keine Diamond Pickaxe. Dein Stuff liegt auch noch im End. Oh ja! Aber seid ihr sicher, das ist ja schon mehrere Tage her? Meint ihr, das ist da noch? Das wäre krass. Das wäre der übelste Bug, wenn es da noch liegen würde. Ich meine, ich habe mein PC mehr als hoch und runter gefahren, seit ich das jetzt mal aufgenommen habe. Okay, okay. Da hinten ist meine Wassersäule vom letzten Mal. Oh mein Gott, wie lucky! Oh mein Gott, wie lucky! Holy Shit! Okay, ich würde sagen, wir holen unsere Sachen einfach später und droppen kurz alles hier hin. Oder warte, wir machen kurz noch auf Save eine Kiste. Oh ja, das ist das kaffsteste Ende, was es je gab in Minecraft. Oh Mann, ey! Hey Bro, eine Sekunde noch. Ich muss hier noch kurz notieren, Dog. All right, wir brauchen jetzt zwei Obsidian und dann kann es losgehen. All right, let's go! Oh, er kommt! Er kommt! Fuck! Fuck! Das war überrascht! Das war überrascht! Bro, er regeneriert viel zu viel! Scheiße! Okay, warte, 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 warte! Back up Strat! Back up Strat! Come on, geh kaputt! Bitte, Bruder. Come on. Ja, let's go! Okay, okay, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Ich habe das Geräusch gehört. Okay, wenn er jetzt nochmal kommt, dann haben wir ihn. Nein, was ist das? Was ist das? Ach du Scheiße! Junge, war das Scheiße von mir! Okay, wir machen es so, wir machen es so. Oh mein Gott, Dicker, wir haben vier Minuten gewartet für zwei Zentimeter Damage. Okay, okay. Beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Junge, wer ist er? Wer ist er? Oh mein Gott. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Boom! Let's go! Let's fucking go! We did it! Junge, finally, Dicker, nach 20 Folgen oder so. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Chap. Hier müsste jetzt irgendwo, soweit ich weiß, genau da, so ein Portal sein. Und da müssen wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, können wir da eine Ender-Perle reinwerfen? Oder wie machen wir das am besten? So. Watch this. Dicker. Smartest Minecraft alive. Okay, wir brauchen so eine NCD, heißt das, glaube ich. Boah, ist das hier gut markiert, sich das sehr weit auch. Ah, perfekt, das ist nicht mehr markiert. Jo, danke, Dicker. Perfekt. Alright, let's go, Chap. Boom! Boom! Okay, okay, let's go, let's go. Okay, ich glaube, wir suchen nach so einem komischen Gebäude, was ein Schiff hat. Das habe ich jedenfalls heute in einem Basti-Video gesehen. Da hat er alle Strukturen gesucht und er hat es geschafft. Ich war sehr stolz. Deswegen suchen wir das jetzt. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. In die andere Richtung. Oh mein Gott, zwei sogar. Da hinten ist noch eine. Okay, da muss ja safe ein Schiff dabei sein. Wäre ja peinlich, wenn nicht. Warte mal, wenn da ein Schiff wäre, würde ich es sehen, oder? Also da ist vermutlich einfach keins. Okay, wie sieht es da links aus? Ist es da hinten ein Schiff, Jungs? Ist es ein Schiff? Ist es ein Schiff? Ich glaube, da hinten ist eins. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Ja! Ja, das ist es, oder? Ist es das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, let's go. Okay, okay, okay. Wir sollten trotzdem beide looten, glaube ich. Hat jedenfalls Basti gesagt in seinem letzten Video. Ich bin so ein fucking Fanboy einfach, aber egal. Fun Fact, ich hatte noch nie in meinem Leben eine Schalker-Box. Ich weiß nicht mehr, wie man die bekommt, Bro. Aber vielleicht ist heute der erste Tag, wo ich meine Schalker-Box bekomme. Ich glaube, wir müssen im Grunde nur einen Schalker abbauen, oder? Ich glaube, das hier ist jetzt einfach eine Schalker-Box, wenn wir den abbauen. Okay, warte mal. Wir müssen den anscheinend besiegen. Digga, was? Was ist das denn? Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Wir gehen kurz vor Life, dann gehen wir nochmal rein. Okay, wir machen was die hier. Och nee. Boom. Was soll ich jetzt machen? Outsmarted. Get racked. Oh, ist das eine Schalker-Box? Habe ich gerade den Erfolg Take Aim bekommen? Digga, wir sind gerade im End, Junge. Kann man sich nicht ausdenken. Digga, ey, man ist doch Geschiss. Warte, ist der Pläne nicht sicher, einfach jetzt anschießen zu lassen? Ja, oder? Erstmal den Gold-Apfel hier vorsichtshalber. Okay, wir dodgen. Das ist ein bisschen Matrix-Shit hier. Oh mein Gott. Okay, okay. Okay, okay. Ich glaube, die Strat ist gut. Die mache ich weiter. Warte mal, ich glaube, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Einen Moment, Jungs. Ey, hallo. Wir müssen hier runter. Einen Moment. Ich muss hier einmal abbiegen, Jungs. Okay, hier geht auch. Hier geht auch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Oh mein fucking Gott. Ich hätte einfach essen sollen. Ach man, Digga, und die ganzen Items, die ich hatte, sind safe jetzt weggeschwommen durch das Wasser. Mann, dieses Micro-Let's-Bray ist so arsch. Digga. Ach so, wir sind ja hier gespawnt. Ja, perfekt. Cool. Dann bauen wir hier die Steine mal kurz ab. Seid ihr immer noch sicher, dass ihr das Minecraft-Let's-Play so oft wollt? Ich weiß nicht ganz. Okay, die große Preisfrage ist, wie komme ich da hoch? Okay, kann irgendwer von euch verrecken und mir eine Enderperle droppen? Auf korrekt? Kiste. Habe ich in der Kiste irgendwas drin gehabt? Ich meine, wir müssen nur hoffen, dass da ein paar Blöcke drin waren. Mehr brauchen wir nicht. Oder ein Schwert. Ja, cool. Oder einfach gar nichts, Digga. Kriege ich es irgendwie hin in den Element zu gehen mit der Hand? Warte mal, vielleicht da, wo wir hochgekommen sind. Okay, wir tryen es mal. Das ist ein bisschen risky Shit jetzt. Okay. Digga, ich bin ein verfickter Ingenieur. Boah, das muss so Hasskicks auslösen, wenn man das gerade auf YouTube guckt. Ey, das tut mir wirklich unfassbar leid. Aber um eure Aggressionen kurz freien Lauf zu lassen, smasht doch einfach mal mit voller Aggression den Like-Button und die Glocke. Digga, willst du mich... Digga, er droppt nichts. Junge, er droppt nichts. Ja, dann kriege ich halt deinen Bruder, Junge. Let's go. Komm her. Oh nein, ich glaube, es sind zwei. Oh mein Gott, es sind vier. Holy Shit. Hi, Jungs. Was ist das jetzt hier? Wechseln wir durch oder wie? Oh mein Gott, ich lösche mich, Digga. Digga, was ein Haufen Scheiße, Digga. Oh, let's go. Boom. Eine. Boom, let's go. Okay, wir haben zwei. Das ist sehr gut. Genau zwei brauchen wir. Okay, ich muss jetzt, glaube ich, nur first try dieses Ding da oben treffen. Dann haben wir es. Oh mein Gott, ich lösche mich, Alter. Oh, all right. Hol kurz noch mal ein paar neue Enderman ran, Digga. Digga, er droppt nicht. Okay, let's go. Boom, da ist sie. Ich lösche mich. Was würdet ihr an meiner Stelle jetzt machen? Oh ja, wir rufen kurz Basti an. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich jetzt weitermache. Ruf Basti an. Bitte geh ran. Basti? Bitte geh ran. Kevin. Basti. Bro, pass auf, folgendes, okay? Ich brauche kurz deine Hilfe in Minecraft. Vom Ding her ist jetzt folgendes passiert. Ich habe jetzt quasi den Enderdrachen besiegt. Ja, das habe ich mitbekommen, ja. Ja, und ich wollte mich jetzt halt auf den Weg machen zu Elytra, ne? Und ich war ja auch quasi schon kurz davor. Dann ist aber quasi mein Game abgestürzt. Und meine ganzen Sachen sind beim Lock-In wieder weg gewesen, ja? Oh mein Gott, ja, der Bug. Ja, ja, ist neu, ich weiß. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil ich stehe jetzt vor dem End mit nichts. Ja. Und ich will jetzt aber diese Elytra haben. Ja. Was mache ich jetzt? Kevin, soll ich dir erklären, wie Minecraft funktioniert? Ja, dann musst du... Ja, aber Junge, ich habe kein Holz und bin in einer verfickten Steinfestung, Bro. Wollen wir Discord? Du machst mir einen Live-Screen-Share? Ja. Okay, alles gleich. Okay, Basti hilft uns jetzt. Let's go. Okay, dann fahre ich mir kurz wieder Enderpan, Bro. Und dann gehe ich hoch. Okay, wir haben zwei. Okay, wir haben zwei, Basti. Let's go. Was jetzt? Hochbon, oder? Genau. Du hast... Wie bist denn du vorhin durch das Portal gegangen? Mit der Perle, oder so? Mit einem Wasser-Eimer. Den hast du leider nicht mehr. Ja, deswegen brauche ich zwei. Zack. Okay, okay. Und jetzt habe ich die hier rein, oder? Ja. Okay, sick. All right, Freunde. Dann laufen wir ganz kurz zu der Festung. Dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Cut. Oder ist das die mit Schiff? Jetzt Schiff, das Wasser. Lass dann was raus. Oh, oh, Basti, Basti, Basti. Hochbon, hochbon. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Bro, dieses Micro-Let's-Play ist ein Haufen Scheiße. Okay, watch this, watch this. Pass auf, ich zeig dir, wie ich mache. Warte, bevor du Rechts-Tick drückst, ja? Ja. Höre. Bro, wo willst du da jetzt gerade landen? Höre. Wo willst du da gerade landen, Bro? Naja, da rein. Digga, du wirst da niemals reinlanden. Du musst an den Cobblestone-Pfeiler. Du musst auf den Cobblestone-Pfeiler. So, so. Kevin, hör mir zu. Stopp. Das wird funktionieren. Trust, trust, trust. Kevin, hör auf. Nein, nimm das Dirt. Okay, und dann? Dann wirfst du, warte, wirfst die Dirt-Blöcke. Damit baust du dich gleich nämlich noch weiter hoch. Du wirfst jetzt mit der Ender-Pelle gegen den Cobblestone. Von der, den, den musst du anvisieren. Ja, ja, normal. Genau. Ja, das klang nicht so, als ob du gleich das alles verstehst. Nein, nicht jetzt den Dirt. Du brauchst du gleich. Mann, was soll ich denn machen, Junge? Du sollst da ja... Ah, okay, jetzt check ich's. Okay, jetzt check ich, was du willst. Okay, so. Niedriger. Nein, ein bisschen höher. Zack. Stopp. Jetzt. Oh, mein Gott. Oh, du hast ja perfekt die Blöcke, die du jetzt brauchtest. Okay, okay. Zack. Okay. Bro, wie ist das passiert? Kevin, du wolltest gerade aus der Entfernung aus 40 Metern oder so die Ender-Pelle dort reinwerfen. Du schaffst es nicht mal aus einem halben Block. Was? Was? Und jetzt? Nochmal runter, oder? Nein, das ging das jetzt. Geht alle jetzt durch. Nein, nein, Bro, wir brauchen eine Ender-Pelle. 100 Pro. Ja, die fahren wir gleich da. Okay. Kevin, Alter, du kannst nicht mehr. Digga, hä? Was muss ich denn machen, Junge? Ich muss doch da reinziehen. Ja, aber sneak nächstes Mal beim Werfen oder so. Das ist halt ein bisschen genauer. Du stehst zu nah vor diesem Block. Das ist einfach nur traurig. Oh, wir haben drei? Ich muss kurz warten für den Cut, weißt du? Der ist ganz, ganz wichtig. Die YouTube-Zuschauer fiebern gerade richtig mit. Zack, 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 zack. Warte mit dem Werfen, bevor ich dieses Ding her... Okay, so? Ja. Ja, wir haben's, Basti! Wow, du hast das so gut gemacht. Danke. Aus dem Weg, aus dem Weg. Warte, ich schub's den kurz runter. Tschüss. Kevin, konzentrier dich, dass du jetzt bitte keine Enderman mehr anguckst. Ja, mach ich. Würde nicht passieren. Oh, nein! 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 Okay, ich lauf einfach, ich lauf einfach. Einfach sprinten, einfach sprinten. Einfach sprinten, das ist noch nicht vorbei, oder? Du kannst ja entweder jetzt on the go halt mal eine Kostrucht versuchen abzubauen oder du turnst und musst die perfekte Hits geben. Ja, das wird nichts. Okay, ich nehm den anderen Pound vom Let's Play später auf. Nein, go, it's for me, for me. Wir machen das jetzt noch. Nee, nee! Bro, okay, man, das ist mir so egal. Du machst das jetzt zu Ende. Das macht jetzt das most unsurteile Ding aller Zeiten. Du suchst jetzt bitte Holz. Ich hab keinen Bock mehr. Wie weit ist dein Zuhause von diesen Koordinaten weg? Ja, so 1000 Blöcke. Lass zur Home-Town gehen. Da hab ich alles. Aber das dauert halt 25 Minuten, bis wir wieder hier sind. Nein, Bro, warum bedeutet das? 1000 Blöcke dauert doch nicht so lange. Ja, okay, komm. Bro, ich bin in Realtalk, ich hab in Minecraft, also ich bin in den letzten drei Jahren nicht so oft in Minecraft gestorben, wie du jetzt hier gerade. Yo, übertreib! Weißt du, was deine Meinung dazu hat, dass ich gerade mit meinen Erdnussfingern auf die Tastatur gehe? Also ich hab nichts anderes erwartet. Ich hab eher richtig Aggression, Bro, du versuchst jeden einzelnen Block mitzunehmen und wirklich so unsatisfying wie möglich zu laufen. Dieses Movement ist komplett schrecklich. Es ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Bro, hör einfach auf und lauf zu diesen Koordinaten. Ist das so, als würdest du, als wenn du eine Treppe laufen würdest und du gehst immer mit beiden Füßen auf eine Treppe... Oh, da ist meine Mobfarben! Das ist deine Mobfarben, ja? Ja, da drunter. Und was für Mobs sind da so? Keine! Bro, ist dein Leuchtturm einfach gar nicht mal im Wasser? Passi, es ist noch niemandem aufgefallen, mach jetzt nicht den. Dicker, was ist das eigentlich für ein Let's-Bild? Du bist einfach so vom Spawn einfach random über so einen Plains gelaufen, in so einen Birkenwald, hast du dir gedacht, ich baue jetzt hier einfach einen Leuchtturm? Du hast Mühe, mir einen schönen Spot zu suchen. Ja, hab ich doch! Guck mal, wie geil der Spot ist! Bro, ich hab mit Eli, Sidney und Willi und so gezockt, ne? Die haben den ersten Tag Minecraft gespielt. Ich will jetzt echt nicht den machen, ne? Aber wie lange spielst du schon Minecraft? Mann, war es die Schatte verrabbt. Bitte nimm nicht den rohen Kabel hier und bitte brat den jetzt nicht durch, Dicker. Dicker, tu mir das nicht an. Warum denn nicht? Verteil es doch bitte wirklich am Fluss. Ja, mach ich doch! Wie hast du diese Ofenanlage da gebaut? Das wäre jetzt so krass. Ja, ja, ist heftig. Ist ein Autosmelter. So, dann machst du bitte mal wieder auf den Wassereimer. Okay, hab. Du kannst ja in der Zwischenzeit während deinen Fisch berät den Filmen. Warum wird darüber gelacht jetzt? Weil du da so stolz hingelaufen bist. Ah ja, hier ist nirgendwo Wasser, denkt er bestimmt. Aber guck mal hier, ich hab da eine Vorrichtung gebaut. No joke. Genauso war es. Du kannst mal T drücken. Du hast Remote Gateway, the City at the End of the Game, bekommen und danach Take Aim as Achievement. Ja, es hat ein bisschen gedauert halt. Okay, dann mach ich mir noch ein Boot und dann let's go. Oh nein. Jetzt kommt sie. Dahinten ist sie, Chad. Dahinten ist sie. Die Wand der Schande. Oh nein, ey, Kevin. Ich hab die Version einmal falsch geladen. Das ist ja, das wundert mich nicht, dass du sowas mal aus Versehen gemacht hast. Da ist sie. Ich weiß nicht warum, aber das passt so sehr zu dir. Finde ich auch. Vierer Kaktus. Warum kriegt denn der so einen Shoutout gerade, der Kollege? Warum nicht? Das ist halt das Beste, was ich bis jetzt in der Welt gesehen habe. Bruder, chill. Chill, chill. Boah, ich frag mich, wo der Strongout sein könnte. Ich mich auch. Vielleicht da hinten bei den Zwei-Booten. Oh Mann, ey. Alright, Freunde, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da, Leute. So. Basti, was machen wir? Da oben ist das Schiff, da müssen wir hin. Was ist die Strap? Wo bist du gestorben? Kurz vor dem Schiff. Okay, dann pass auf. Du farmst jetzt nochmal weiter, Blöcke. Nein, nicht da rein. Oh mein Gott, sorry, Digga. Oder willst du nicht dein Stuff safen? Wo bist du gestorben? Ja, oben, beim Schiff. Da wollte ich ja gerade hingehen. Da wurde ich angebrüllt. Vom Papa. Okay, dann brauchst du dich jetzt. Stopp, jetzt hochbauen. Unter das Schiff einfach hochbauen. Das ist der schnellste Weg. Oh, hier, 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 hier. Oh, ja. Oh mein Gott, es ist noch alles da. Let's go. Also, falls ihr euch gerade wundert und ihr guckt das YouTube-Video, seitdem ist ungefähr zwei Stunden vergangen, als wir das letzte Mal hier waren. Das ist dein Stuff. Wie? Das ist mein Stuff. Digga, das ist ja dieselbe Kacke, die du schon dabei hattest. Bro, shut the fuck up. Rechts ist noch Gold, rechts ist Gold. Dein, dein rohes Chicken. Wie viele Blöcke hast du gerade insgesamt? Ja, wird reichen. Wie fahrst du? Wir finden es einfach mal raus. Drück mal bitte einmal F3. Es ist auf Höhe 142. Das siehst du links bei den CHS. Du wirst, das wird nicht reichen, Kevin. Du brauchst. Ja, wird eine knappe Kiste auf jeden Fall. Okay, aber ich kann es von hier schaffen mit einer Enderperle, right? Bro, mach einfach einen Wassereimer von unten an das Schiff, bitte. Mach einfach einen Wassereimer von unten an das Schiff. Oh, smart. Krank, ja, Mann. Spielst du öfter Minecraft? Du solltest einen Channel aufmachen. Bro, bau dich da einfach rein. Bau dich doch einfach von unten rein. Ach so, ja, ja, ja. Stimmt, stimmt. Was für Aua, Junge. Okay, wir sind drin. Wir sind drin. Wir sind drin. Boom, boom, boom. Oh mein Gott. Okay, warte, warte. Ich habe kurz einen epischen Endfight. Einen Moment. Okay, okay. Boom. Double Kill. Let's go. Ja. Ich habe sie noch zweimal gedreht vorher. Let's go. Let's go. Oh. Boah. Prod 3. Juhu. Ich war. Okay, ich spring jetzt einfach runter, oder? Ja, und Leertass. Und einfach geschmeidig. Leertass, doppelt Leertass. Oh mein Gott. Bitte flieg geschmeidiger. Bitte flieg geschmeidiger. Oh, es hat sich so gelohnt. Es hat sich so gelohnt. Okay, wir haben jetzt keine Blöcke zum Grupper bauen. Aber ich kann dir auch eine Enderperle werfen. Kevin, wenn du das machst. Imagine, Digger. All right, Basti, Basti. Wir sind kurz vor dem Ziel. Checkst du das? Ja, ich checke das. Das ist ultra krass. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Guck mal, kleiner Trick. Du kannst einfach in der Luft mit Leertassen. Ich spring einfach nach oben und drück doppelt Leertassen. Oh mein. Oh. Leak. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Das ist noch alles safe. Das ist noch alles safe. Das ist noch alles safe. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass sie nicht runtergefallen ist. Warte kurz. Oh nein. Da ist. Okay, da ist alles. Okay. Okay. Ich habe sie noch nicht. No fucking way. Das Hühnchen ist noch da. No fucking way. Nein, 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 nein. Leute, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Like da und schreibt Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Kevin in der nächsten Folge es hinbekommen wird, die Elytra zu bekommen. Was? Ja, Leute, in dem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, dann habt ihr auf jeden Fall einen Like und einen Subscribe.